So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere. Wenn man das Match jetzt gewinnt, könnte man schon frühzeitig zum Meister werden. Ich zeig's euch da jetzt noch einmal geschwind. Da habt ihr die Tabelle. Man hat ein Spiel weniger und führt um vier Punkte. Man tritt jetzt an gegen Fullhelm. Fullhelm ist in der Tabelle, schauen wir mal wo die sind, auf Platz 12. Wollen sich natürlich auch verbessern. Lassen wir mal die Gerne ran. Bändner ist fix gesetzt. Alter. Alter. Oh, ich check das Spiel nicht. Falsche Richtung wieder. Oh nein, wieder. Egal. Egal, egal, egal. Ja, Lincoln City hat sich für die nächste Saison aktiv schon auf dem Transfermarkt, ungesehen. Hat viele Positionen schon nachbesetzt, verbessert. Gedoppelt quasi. Boah. Puh. Puh. Eine Position möchte man dann noch nächste Saison holen, wenn man wieder ein bisschen mehr Budget hat. identified. Ilo-Live-Beam. Okay. Hmm. Ja, einige Spieler werden ganz schön schon in der nächsten Saison, da könnte der Startplatz wackelt, beziehungsweise wackelt, mir wird natürlich noch nicht verraten, weil sonst würden die Spieler ja nicht angassen mehr. Oh, noch gut gestört, gezerrt, gehalten. Willis. Ja, bei einigen Positionen hat man Nachholbedarf gesehen, hat man das Gefühl gehabt, da lassen die Spieler im Laufe der Saison nach, dass nicht nur ein wenig der Fitness, da muss wieder frisches Blut her, beziehungsweise Routiniers, die Linkings, die dir weiterhelfen können. Ja, man merkt's, Lincoln City möchte den Sieg. Yes. Ist hier noch blond, is er? Ja, Armstrong. Hätte auch Fischer sein können. Aber Armstrong war hier zur Stelle ja auch wichtiger Mann. Wie gesagt, einige Spieler werden auch nächste Saison abwandern. Bei den Transfers konnte man teilweise Spielertäuscher herziehen. Hat so ein gutes Geschäft gemacht. Teilweise Spieler, wo die Verträge eh auslaufen. Dann wird nicht verlängert werden. Dann wird nicht verlängert werden. Bind mal. Bind mal. Oh, muss man, das finde ich so komfortbar. Ah, da ist weniger, dass sich zuckt. Ja, ich glaube wohl, es wird bei dem 1 zu 0 bleiben. Und man bleibt so. Ja, ich glaube wohl, es wird bei dem 1 zu 0 bleiben. Ja, ich glaube wohl, es wird bei dem 1 zu 0 bleiben. Ja, ich glaube wohl, es wird bei dem 1 zu 0 bleiben. Ja, ich glaube wohl, es wird bei dem 1 zu 0 bleiben. Oh, das war noch ein Spaß. Oh, das auch. So, Czerny ist mir jetzt zu gefährlich hier. Oh, der rennt nicht weiter. Ja. Oh, schade. So, jetzt kommt der Wechsel. Oh. Oh, schade. 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 Oh ja, da hast du dir recht, legt nochmal ab. Oh ja, da hast du recht. Oh, da bist du ein Trottel. Gut, der Ring stand nicht mehr aufs Setz. Na, gut, auch gut, Sittgelbe Karte. Oh ja, da bist du ein Trottel. Oh ja. Yes. Shampoos kaltstellen. Es ist vollbracht. Ups. 1 zu 0 hat man hier gewonnen. Schöne ist hier gelb. Kleines Blackout. Hier gut bariert. Wuchtiger Kopfball. Der aber verbagging von Willis. Hier wurde auch noch der Schuss verhindert. Aber jetzt hier. Schöner Pass auf Armstrong, der zum 1 zu 0 einnetzt. Herbe, können wir etwas ungestimmt. Sieht hier gelb. Das war wichtig. Das war wichtig. Das war gelb. Und das war's jetzt mit dem Spiel. Wir sehen uns am nächsten. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. 1 zu 0. 2 2 3 Vielen Dank.